Moin moin Leute, was geht? Ich hoffe es hat über ClimbF gespielt und wir haben ein paar Takis verkauft und die K.S. kommt abgezogen. Außerdem haben von euch ganze 72%ig abonniert, was da los? Abonniert! Polizei, Polizei, ich will eine Anträge machen bitte. Ja, deswegen? Also Grund, ohne Schuss, ohne alles, ich werde angeschossen, alles. Haha, Pech. Ja, im Ernst? Hallo? Hacken wir in die Hose. Echt? Hacken Sie sich auf? Hacken Sie sich auf in die Hose? Ja. Wenn ich wirst, kannst du sie meine Hose runterziehen. Das ist mein Alter Ego. Anita Max Wien. Ach du Scheiße. Der Ende auch sofort. Der Ende auch so weit. Der Ende auch so weit. Ich hab kein Geld. Ich bin grad erst neu eingereist. Haha. Was soll ich da mit denen machen? Digga, will er mich ficken? Ich hab gar nichts. Du siehst, ich sehe das. Du hast eine goldene Kette. Du hast diese Gucci Prillen. Diese Dings da, ja. Ritorn, ey, Pullover. Ich find's interessant, dass ein Cop hier einfach auch mitmacht. Und? Ich weiß nicht. Was soll das, Alter? Was soll das, Alter? Ey, Jungs. Jungs, 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 Jungs. Der Typ hat Takis. Kommt aufs Himmelz und alles. Hat auf Takis gespuckt. Er ist Takis rückwärts. Red doch. Hallo. Du sollst dich kastrieren. Oder gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld und dann hast du Katafis gekauft. Ich bin grad eingereist frisch. Aber trotzdem noch. Einreißgeld. Ey, nicht so zu gern. Wir lassen es einfach. Ciao, Jungs. Wie geht Carly-Kartell? Ich komm mit. Was? Ja. Alles geil, lass mal zur Kali-Kartell. Wir müssen formal, wir müssen da formal hinkommen, so, Leute. Wir wollen den Takis verkaufen. Wir haben ihnen heute schon eine wasche gekauft. Sind die Takis denn? Ja, wir haben 7500 bekommen und dann sind wir einfach gegangen. Lecker, was? Jungs, 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 du musst dich schneller machen. Was ist da los? Das Spiel, ein bisschen Kopfschmerzen, ja? Das ist irgendwie das Geblische. Ich verstehe, ich verstehe, was du meinst, ja. Wir beide verkaufen die Takis, dann, wenn wir unser Geld haben, verpissen wir beide uns und ihr klärt dann so angeblich die Lieferung ab. Okay, ja, check. Was geht, Jungs? Da ist keiner, da ist keiner drin. Wie keiner? Wie ist keiner? Jetzt kostet das uns. Es ist unser Anwesen, ja, genau. Jungs, da ist ein Taki-Automac. Taki-Automac. Schmeckt ein Takis überhaupt geil? Ich hab's auch in meinem Rehme gesehen. Das ist ja richtig komisch aus. So ist das blau. Ich weiß nicht, die sind halt blau. Das wird mit Fliegenpiste, glaub ich, gemacht. Weiß nicht mal gleich deine Fresse jetzt, ne? Okay, das war Spaß. Besser ist. Takis ist ein sehr gutes, äh, Gericht. Ich seh, du bist grad ein Teil einer Gang, ne? Gibt's auch bestimmt etwas gut, ne? Ja, ich hab dir einfach so bekommen. Ja, ja, du kannst dir so ein bisschen Kohle geben. Das war auch keine Frage, ne? Eigentlich, du würdest ein bisschen Geld geben. Äh, wie heißt du? Gib mir so viel du kannst. Ich geb euch einfach das Halbe, okay? Dann ist alles okay. Hier, Chico, 500. Wenn du uns kein Geld gibst, dann gib's auch keine Takis. Ich hab grad wirklich 20 FPS ohne Witz sogar. Was ist das, Mann? Das ist normal hier. Alter. Jetzt kommt Takis, du! Takis! 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 Takis zum Verkaufen! Guten Tag! Also, wir wollen hier Takis verkaufen. So eine schöne monatliche Lieferung. So ein kleines Abonnent. Zeichen wir uns, ob der Chef so da ist, der das regeln könnte. Der dürfte auf dem Staat sein, ja? Oh! Oh! Oh, du Pinnest! Ich glaub nicht, dass ein Kartell schon ab 6 Jahren ist. Hauf damit! Hauf damit! Was ist das? Stopp! Stopp! Ich bin nicht in Ordnung, ich hab gar nicht die Faxen, Dicke. Mein Gott, Alter, wie kann man sich nicht benehmen? Kann man sich so benehmen? Ja, backen Sie laut. Weg damit, Mann. Zwei Stunden später. Ich bin Jedertag. Das hier ist erstmal mein Geschäftspartner. Ja, ich bin Takis. Gerade Linie. Ich bin Takihiro. Eure Schwimmen kommen hier sehr, sehr willkommen bekannt vor. Ich weiß nicht, was sie wissen. Wann wird sie denn geliefert? Jedertag. Takis. Die kriegen monatlich eine Palette mit Kartons und Takis. Einfach. Die Standard-Sorte für 15 Euro im Wohl. Okay. Dann gibt es einmal das Abonnent Diabetes Typ 1. Wo sie monatlich eine Palette mit jeder Sorte, die es je gab, die auch nicht mehr hält. Ich hab auch mal ganz kurz eine Frage. Wissen Sie, dass Diabetes Typ 1 von Geburt an ist und Diabetes Typ 2 von... Egal. Weiter, egal, weiter, egal, egal. Erzählen Sie weiter. Also Sie kriegen eine Palette mit einmal jeder Sorte für 50 Euro im Monat. Dann gibt es die Diabetes Typ 3 Version, unser Bestes Angebot, unser Bestseller. Sie geben drei Paletten von jeder Sorte für einen Schnapperpreis von 14.000. Wissen Sie das? Ich will gar nichts kaufen. Sie wollen nichts kaufen, sind Sie sicher? Jede andere Gruppe in diesem Staat und in ganz vielen anderen Staaten haben sich alle das Bestseller-Paket geholt. Sie sprechen jetzt nochmal mit unserem Manager hier. Das ist unser Manager. Sie sprechen jetzt nochmal mit ihm. Vielleicht kann er Sie überreden. Wir können Rabatt, Rabatt machen. Rabatt nur für Sie. 1.000. Was für dich in Ordnung? Junge, es fehlt so wenig. Ich hab kein Geld. Du hast kein Geld. Aber Geld für Waschmaschinen. Ja, ist klar. Also die 7.500. Ich brauchte immer noch. Ich will meine Waschmaschine. Ich weiß nicht, worum die will. Wir handeln runter, okay? Normalerweise 15.000. Ich mach nur für Sie. Nur für Sie. 10.000. Digga, man frisst da. Legg dir die Chips weg. Der ist Takis. Der ist Takis. Selbst einer von Ihnen ist Takis. Also. Wir müssen verstehen. 10.000 gute investierte Dollar. Wachst du 5.000 draus haben wir denn in dir? 6.000. 5.000. Nehme ich. Mein Geschäftsvater und ich, wir ziehen uns zurück. Und Sie können die Lieferdetails mit unserem Manager-Team besprechen. Aber ich bin nur für die Finanzen zuständig. Tut mir leid. Ich bin nur der Finanzberater. Der Rest muss die Lieferdaten klären. Tschüss. Jede andere Gruppe in diesem Staat und ganz vielen anderen Staaten haben sich alle das Bestseller-Paget geholt. Ja, ich weiß. Aber was sind auch alles? Übergewichtiger Bastler. Oh, ein Eigentor. Übergewichtiger Bastler. Oh, tschüss. Wenn ihr weitere Videos dieser Art sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Ihr könnt natürlich mit anderen Social Media Kanälen auschecken. Bis dann. Tschau. 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 Vielen Dank.